Grüß dich, servus und hallo. So eine Bestellung beim Universum, das ist ja sowas wie eine Beststellung. Eine Feststellung und eine Beststellung ist die Bestellung. Die Bestellung eines Ackers ist praktisch die Urbarmachung für die Frucht. Also Bestellung plus Saatgut und lassen ergibt Fülle. Also was müssen wir da machen? Das Feld bestellen mit Liebe, Saatgut, das eingeben was wir ernten wollen und dann geh los. Wobei, na dann, wobei, tun, doch nicht tun. Was das euch glücklich gibt. Wir sind es wert.